Ein Titel vom November 16, der auch heute wahrscheinlich noch seine Bedeutung hat. Ich habe das Werk genannt, Warum tun Sie nichts dagegen? Das Leben geht bergauf, bergab, nicht nur langsam, manchmal auch im Trab. Wir lehnen uns gegen vieles auf, das ist real der Lebenslauf. Es geht im Leben auf diese Welt, nur um das Recht und um viel Geld. Und lässt es immer den kleinen Mann, der sich nicht wehren kann. Und die großen Staunen herab und licht, und langsam fragst du dich. Warum tun Sie nichts dagegen, weil bei Ihnen alles stimmt? Denn auf Ungericht in Wegen den kleinen keiner ernst mehr nimmt. Sie haben Ihre Gesetze und die finden Sie gut. Und wieder ist der kleine Mann, für alle, die das schaffen kann. Doch wenn der Kleine ist ein Zweck, wie groß ist dann der Schreck? Dann in der Schicksal seinen Lauf, es geht für keinen mehr bergauf. Da wüssten Sie wohl selber was tun. Sie werden sich dann fragen, was nun? Und die Großen schauen dann herab auf dich und langsam fragst du dich. Warum tun Sie nichts dagegen, weil bei Ihnen alles stimmt? Und auf Ungericht in Wegen den kleinen keiner ernst mehr nimmt. Sie haben Ihre Gesetze und die finden Sie gut. Denn mit all Ihrer Herze haben Sie uns auch den Lauf. Der Politiker nimmt den Bischof in den Arm, halt nur sie dumm, ich halt sie arm. So kann das nicht ewig weitergehen. Eines Tages werdet ihr überlegen und sehen, warum tun Sie nichts dagegen, weil bei Ihnen alles stimmt. Und auf Ungericht in Wegen den kleinen keiner ernst mehr nimmt. Sie haben Ihre Gesetze und die finden Sie gut. Denn mit all Ihrer Herze nehmen Sie uns auch den Mut. Noch einmal, warum tun Sie nichts dagegen, weil bei Ihnen alles stimmt. Und auf Ungericht in Wegen den kleinen keiner ernst mehr nimmt. Sie haben Ihre Gesetze und die finden Sie gut. Denn mit all Ihrer Herze nehmen Sie uns auch den Mut. Denn mit all Ihrer Herze nehmen Sie uns auch den Mut. Ich sag noch eins, ohne euch zu überraschen. Das letzte Hemd hat wahrscheinlich eine Tasche. Denn es ist alles nur geliehen auf dieser Welt. Denn es ist alles nur geliehen auf dieser Welt. Nein, es ist alles nur geliehen auf dieser Welt. Alles nur geliehen auf dieser Welt.